Okay, die dürften jetzt aufgesetzt sein. Okay, schön. Wir müssen noch irgendwo Stöcke rumliegen in irgendeiner Kiste. Ich kenne uns ja. Garantiert. Ja. Jetzt muss man noch das ganze Zeug hier reinpumpen, was geschmolzen werden soll. Jo. Das machst du mal bitte. Schnauze voll von dem Zeug. Ich mag nimmer. Viel zu lange im Untergrund. Dann baust du mal den Cyclic Assembler. Dann muss man ein paar Alten-Plugs. Weil wir die ganzen Blöcke aus den Basins rausholen müssen. Ja, rausholen können wir sie ja mit Alten-Docken, oder? Geht das? Ja, aber die Blöcke kannst du dann nicht ohne weiteres in die Marils reinstopfen. Hm. Komm, da muss es auch irgendwas geben. Können wir nicht ein kleines AI-Network aufmachen? Wenn du in den Netzwerk gehst und Quarz sammelst, der gerne. Habe ich absolut nichts dagegen. Näh, näh. Da siehste. Eher nicht so. Oh, hatte Angst. Können wir denn noch ein paar Alten-Ducts? Ja, ich hab noch 39. Ich brauch den. Ich geb dir einfach mal die Hälfte. Okay. 20 wird fast knapp, aber gut. Ja, ich kann auch noch welche machen. Mhm. Und kleben Reward. Okay, was haben wir jetzt wieder Schönes? Expanding the Farms. Ich hab wieder den Link genommen, wie immer. Also, okay. Äh, ich hab's Buch grad nicht bei. Und, was ist das Linke? Äh, die sind alle gleich unten in die Tasche. Das haben wir mittlerweile gelernt. Nee, die sind nicht alle gleich. Okay, das sind teilweise great und teilweise good und so weiter. Okay, das war ne Gurte. Welche hast du? War ne Gurte, wie gesagt. Okay, dann nehm ich auch mal Links. Mal gucken. Ja, die sind immer... Die Linke sind immer good. Oh, alle Saplinks. Alle Essence-Saplinks. Juhu. Haben wieder. Hatten wir schon ein paar Mal. Ich nehm einfach mal die mittlere. Greater, hm? Siehste? Geil. Siehste? Eben. Wie, die lassen sich nicht stacken, die? 12 Angel Blocks. So ne Scheiß. Ah ne, ich hab jetzt andere, als wir vorher haben. Hm. Ich hab jetzt zum Beispiel... Olive und... Apfel und Starfruit. Oh, okay. Nice. Äh, also wir könnten jetzt mal die... Die Blaze machen, wenn du willst. Okay. Bünderbar. Ich tu erstmal jetzt hier kurz die Sachen, die ich in meinem Event habe, und die ich brauche, wegpacken. Was ist ne gute Idee? Hast du zufällig noch, äh, zwei Numatic Servos? Nein, hab ich alle Servos aufgebraucht. Muss bauen. Alles selbst gegessen. Ich glaube, ich baum jetzt mal ein Haus, so langsam. Hehe. Kapses dich wieder ab. Ja. Schon wieder. So, also ich wär soweit. Okay, wohin? Wollen wir da uns nen kleinen Raum bauen oder so? Ja, machen wir einfach im Keller unten, oder? Nein, im Keller ist grad Paddy. Also da steht schon so. Ja, aber es reicht auch, wenn wir uns da so einen kleinen Bereich hindecken, in die Ecke, wo wir dann wieder Blaze reinstellen. Ja. Können wir da abbauen, meine ich. Eigentlich schon, ja. Ich dachte, ob hier unten Platz ist. Zeichen, ich weiß, wie wir etwas aussehen sollen. Kannst du das schnell machen? Hm, ja. Gut. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht genau. Zwei bis drei hoch reicht ja, drei hoch reicht ja locker. Ja, die sollte halt oben nicht raus können. Eben. Und auch zur Seite nicht am besten. Oder wenn dann nur in eine Richtung, wo da unser Eingang ist, also. Ähm, hier lag doch irgendwo noch ein Lederhelm rum immer, oder? Den ich irgendwo mal gefunden hab. Ja. Hm. Ja, ich trage immer die ganzen Sachen aus, die Zombies und das Geld fallen lassen. Okay. Recycling. Ja. Ich mach jetzt einfach mal vier bei vier. Moment, 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 Moment. Noch nicht ganz zu machen. Da fehlt nämlich noch was. Oder vier mal drei. Wo überhaupt. Moment, 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 Moment. Ja, ja, dauernd noch. Warum willst du dir eine Glasplatte hinsetzen? Ach, der will uns beim Sterben zuschauen. Genau. Ja, eins weiter hinter. Eben. Total scheiße gesetzt, das ist, ähm... Egal, passt. So. Mit der Seite. Kommt das da noch raus? Ich bleib nicht. Arsch. Ich bleib hier im Gang, falls er entwischen will. Dann mach ich's einfach so platt. Hast du Storm Barrel und so alles dabei? Nö, hab ich hier keine Ahnung von. Okay. Ja, komm. Hol mal einen Storm Barrel, ich hole da. Was? Okay, ich hole einen Storm Barrel. Okay. Achso, wir brauchen noch die Angry Doll, oder? Genau. Ja, da weiß ich, wo die ist. Oh, da brauchen wir Clean Stone, scheiße. Clean Stone ist ja nicht schlimm zu machen. Da haben wir noch Clean Stone, da irgendwo. Nö, ich glaube, da haben wir nix. Ach, ich schmelz gleich mal ins Deck. Eben. Kann keinem schaden. Hatten wir nicht sogar mehrere von den Angry Dolls? Zwei oder drei? Ich glaube schon. Ah ja, hier ist ne zweite, okay. Machen wir gleich beide dann, ne? Hm. Würde schon sagen. Und vielleicht nen Eimer Wasser noch mitnehmen. Ja, ich hab meinen Eimer für den Sludge verbraucht. Der wurde damit aufgesogen, der Eimer. Ja, ich bring... Ich wollte gerade sagen, wir haben ja auch echt nicht mehr genug Eisen, um mir uns noch nen Eimer zu craften. Ne, haben wir auch mit. Mach ich trotzdem. Naja, bald haben wir wieder Eisen. Ich hab Skellis gehört. Komm her. Mist, viel. Was? Noch eins? Ich will gerne meine Hohen trainieren, also wenn du mich lässt. Danke. Ja, ich muss meine Axt auch trainieren. Ach nee, ich krieg da überhaupt keine XP für, oder wie. Ja, danke. Krieg halt echt ne. Wie sich eben dich, hab's mir auch recht. Puh. Oh, schau mal, ein Creeper-Spinner. Eins, ein Creeper-Jockey. Nein, du trainierst hier nicht. Was willst du? Wie ich hier trainiere? Ich spring dich an. Will die Smelltree weiterbauen, bitte danke. Ja, dann tu das auch. Bin ich auch dabei. Ja, mach doch hin, ey. Dann warte ich, ich muss mir noch kurz was zu futtern holen. Naja. Wenn wir noch was da haben. Ha, fast nix mit uns. Äh, guck mal in die Öfen, ich glaub da ist noch was, ja. Alter, ich möchte den einen da hinten erstmal treffen, dann treff ich eben erst in vorne. Diese dämlichen Viecher hier einfach abwechseln, ne? Außerdem hab ich da in den Barrel gemacht, na egal. Wo? Barrel, essen. Da unten. Unten. Da wo ich hinguck. Barrel, essen. Oh, essen. Ja. Ach, mach mal gleich ein Stack Brot. So. Hast du so ein Steinteil mittlerweile? Ja. Warum hängt da ein Zombiefleisch an der Wand? Zum Trocknen. Achso, du willst trainieren. Äh, ja, okay. Ist nicht aufgefallen, dass getrunken, dass es um mich vielleicht zu Leder werden kann. Nö. Kingdom, oder was, ja kein Fleisch, aber. Achso. So. Auf geht's. Gleich muss noch den einen Creeper da hinten töten. Bin auf den Sack. Da wird einfach ein zweiter Pfeil nie trifft, ne? Ach komm, ihr. Ganz. So. Bin auf dem Weg. Da wär' ich. Die Angry Dolm ist das jetzt einfach nur Rechtsklick rein. Ja. Achso, ich hab kein Wasser jetzt dabei. Egal. Ja, ich hab was da dabei, ich weiß, wirklich. Musst du halt Bescheid sagen. Gut, also, ähm. Rechtsklick. Dann schauen, was passiert. Vielleicht spawns auch bei Simon drüben. Das wär' natürlich super geil. Ja, eben nicht. Ich hab eben das Lack hier in der Hand, deswegen. Das Lack, hm? Ja. Na dann. May the odds be ever in your favor. Mhm. Spannung. Weil die Funken werden größer. Okay. Ich seh' die Effekte gar nicht. Ebenso. Das Flack hat immer stärker. Da ist es. Ja, das ging ja. Und eine Blazeprote, ja. Immerhin. Okay. Sollen wir die andere auch noch machen? Ja, komm. Okay, warte, ich hol schnell Lava. Ansonsten, ich weiß nicht, haben wir noch Lapis da? Keine Ahnung, musst du den auch schon. Wüsste nämlich nicht, wo ich nachschauen soll. Hier ist ein bisschen Lapis drin. Da hast du noch ein bisschen Item duckt. Hier hinten ist der... Hier hinten ist der erste Goldblock fertig. Muss man dann auch mal absaugen. So, dann kann ich... Dann mach ich jetzt noch ganz schnell hier, ähm... Bisschen mehr Lack auf die... So, jetzt hab ich hier noch ein bisschen mehr Lack drauf. Hier hinten eine zweite Lackschicht drauf. Da ist's. So. Und rein damit. Hi. Hi. Ich mein, an deiner Battle-Ex kommt eh keiner vorbei, wenn hier wirklich jemand raus will. Ne. Ich hab Battle-Ex, Wasser und ne Magnum Torch. Da kommt niemand vorbei. Aber du musst ganz ehrlich sein, von der Coolheit der Waffe ist ne Pfanne schon geiler. Vor allem, wenn die so verdammt viele Modifikationen hat, wie die ich hab. Schon irgendwie. Schaut halt dann aus wie irgendwie mutiertes Stück Metall. Vor allem, weil du musst ja bedenken, das ist ja ne Pfanne mit, also die ja dieses Glühen drauf hat, weil das eben dieses Feier hat. Dann hat es diesen Quarzrand eben als, links eben als Schärfe. Oh, das ist sogar ein Boss. Oh, okay. Dann mach Putt. Mach dem aber keinen Schaden. Ja, es leckt gerade sehr stark. Ich hab Angst. Bitte nicht. Ich bin gerade am Abgrund. Ich hab sehr Angst. Ich disconnecte. Ich stehe noch Scream vor und so weiter. Bitte nicht, ich bin gerade am Abgrund. Das könnte ich nicht machen. Okay, läuft wieder. Jetzt geht's ja. Puh. Das ist ein Kling-Frau. Ne. Ne, also immer wenn ich ihn angreifen will, kann ich ihm keinen Schaden machen. Dann bleibt alles hängen. Very pulsing, Blaze of the Trickster. Wieso stehst du da eigentlich noch rum? Hm, weiß ich, ja, ja? Direkt vor dem Kerl. Nein, direkt hinter dir. Also ich kann mich nicht mehr einloggen. Das ist aber scheinbar irgendwie ein bisschen verzögert zu sein. Au, au. Fuh, 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 fuh. Dann fällt ich gerade einmal runter. Ja. Jo. Ich hab die Base irgendwie auf kompletteren Augen verloren, die ist weg. Ja, die Base ist einfach weg. Bäh. Und Simon tot, oder wie? Ja. Oh, nee. Mit Schwert und allem drumherum. Das war ein schönes Schwert. Warum sind wir wieder Gegner? Irgendwas runtergeschleudert hat. Ja, war schade. Die Base hat sich selbst nur runtergeschleudert. Wow, die hat ja echt voll, ähm, den ganzen Server zerschossen. Mhm. Das kam unerwartet. Hey, was ist viel? Äh, und schon wieder. Mach mal sehr, restart, dann dürfte sich der Mob den Luft auflösen. Der ist doch schon weg. Hat mich ja irgendwie weggeschleudert. Und sich selbst gleich mit. Mhm. Ah, okay. Also darf ich mir jetzt auch noch ein neues Schwert machen. Nur denn. Ja, kannst du gleich eine gute neue Sache, ein gutes neues. Alumai zum Beispiel. Ja, das ist mir klar. Ich weiß nicht genau, ob ich jetzt ein Schwert will, oder also Breitschwert, Langschwert, oder Rapier. Also die Battle Axe kann ich nur empfehlen. Die Battle Axe ist echt geil. Ich denke gerade, dass es Rapier auf Englisch nicht ganz anders ausgesprochen wird. Oder wenigstens anders betont, weil Rapier ist irgendwie... Da solltest du noch, ähm, oder warst du da gerade drüber mit der Blacklist und Whitelist für die Öfen? Ich hab da, äh, eigentlich ne Whitelist reingestellt. Und das hat nicht gehen. Und das hat nicht gehen. Gefunzt, oder wie? Eigentlich schon. Weil da noch LED drin ist. Übrigens, da wird kein, ähm, Leder draus, da wird Monster Jerky draus, wenn du das aufhängst. Ah, okay. Egal. Aber Leder kann man so auch irgendwie herstellen. Klar, aber... Ich habe einen Rapier kann mal wunderbar spammen, weil der keinen cooldown hat. Hm. Übrigens, steht ein Zombie neben mir, wer ganz nett von meinem Leben entfernen könnte. Dankeschön. Und noch ein Goldhelm für mich. Nice. Also, was mich hier auch interessiert, ist das Battle sein. Das ist aber nicht unbedingt stark. Das ist aber cool. Und irgendwie... Das hat schon den Coolheitsfaktor. Hm, Schilde. Und das ist beschreibbar. Das hat auch was. Wow. Ach, du bist wieder trainiert. Wie trainiere ich jetzt eigentlich meine Battle Eggs? Muss ich da echt Holz füllen, oder wie? Oh. Ich habe auch eine Lumber Eggs anscheinend. Nee. Wie auch eine Lumber Eggs? Ja, ich habe auch eine Lumber Eggs. Cool. Du hast doch noch ein Cleaver Ball. Das ist diese Auswahl. Mach mal den großen da hinten. Nee, nee, ähm... Die Battle Eggs macht, ähm... Baumreihen bis zu neun Blöcke hoch kaputt. Ah, okay. Aber nicht breit. Also nur ein Feld breit. Ja, muss ich gerade auch feststellen. Dann mache ich den Rest jetzt eben mal. Ja, warte mal. Lass mal hier noch ein bisschen. Oh, okay. Sehr cool. Ja, aber da kriege ich schöne XP-Fest. Kann ich schon fahren. Ja, da kannst du die kleinen Böme ja machen. Sehr cool. So gerade haben wir. Serie ja dann. Genau, da kann ich jetzt auch irgendwie eine Sickle benutzen für, oder? Für die ganzen Leafs. Ja, haben wir jetzt genügend. Wo ist denn die? Auch alle in der Toolkiste. Sehr cool. Also du scheiß Creeper, ne? Explodiert einfach, obwohl da nichts ist. Was ist denn das Flux-Infusion? Keine Ahnung. Lass das V einfach mal aus und dann machst du so lange wahrscheinlich so guten Schaden, bis eben dieses Flux leer ist und dann ist es halt leer. Ja. Ui. Ja, anscheinend kriegt man mit Flux, äh, ne, kriegt man so oder so Rotblätter. Ja. Ja, kochte Blätter kriegst du eh nicht. Das ist ja übel. Ich will aber eigentlich Leafs. Ja, ist doch das. Ja, Leafs haben wir doch. Äh, ne, äh, Saplings. Saplings meine ich. Saplings kriegst du aber nicht mit einem, ähm, weil brauchst du so, brauchst du so einen, ähm, äh, Dings für. Grafter. Oder wie heißt der? Achso. Krook. Krook, ja, in dem Fall ist es Krook. Oder eben das Golden Nixon, das hier eben noch rumliegt, nutzloserweise. Das Golden Nixon habe ich doch schon aufgebraucht, dachte ich. Ja, es gibt einige. Es gibt schon Neues. Wurden Bögen genervt oder nur der hier? Ja. Stimmt nur der eine von dir. Garantiert. Ah, okay, wenn's, wenn's Flux-infused ist, dann macht's mir Schaden. Ich möchte eigentlich Schaden mehr mit drin haben. Na ja, gut, was soll's. Willst du dich mit Fabcat vielleicht schon mal auseinandersetzen? Äh. Nö. Nee. Kann ich machen, klar. Weil, wie du siehst, die wichtigsten Sachen sind schon da. Das Traumometer ebenso. Ja, komm, ganz ruhig, es reicht langsam. Was denn? Ist einfach so, es reicht. Das war's. Baby. Da ist er. Das ist klar. Hallo. Ich danke. pt